Hast du schon mal über dein Alter nachgedacht? Klar, jetzt ist alles easy peasy. Du kannst essen, was du willst, dich mit Leuten treffen, ins Kino gehen, da mal ein paar Nachtschichten schieben, aber das wird nicht immer so sein. Allerdings ist Altersvorsorge nicht gerade ein Thema, was in der Schule oder im Studium angesprochen wird. In meinen Vorträgen über Selbstständigkeit ist auch die Altersvorsorge ein ganz wichtiges Thema. Für diese Podcast-Folge habe ich mir als Gesprächspartner Ralf Zwickler von der Continentale geholt, mit dem ich auch schon die Folge über die KSK gemacht habe. Und da es bei solch einem wichtigen Thema sehr sinnvoll ist, alles in einem Stück zu hören, haben wir hier eine etwas ungewöhnlich längere Folge, bei der jede Sekunde wichtig ist. Herzlich Willkommen zu Soundcast, mein Name ist Tim Heinrich. Es gibt Themen, die sind, glaube ich, bei Stammtischen selten gehört. Und ein Bestandteil, da wird ja dann irgendwie über Fußball gesprochen oder über das Wetter oder wer mit wem. Aber zwei Themen, die ich manchmal anspreche, da werde ich immer total oft mit großen Augen angeguckt. Das eine ist KSK, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Und das andere ist Altersvorsorge. Immer wenn ich die Leute anspreche, was machst denn du für die Altersvorsorge, da werde ich angeguckt, als ob das ein totales Tabuthema ist oder die Leute nicht wissen, was es ist. Und du hattest jetzt auch einen Vortrag neu gehalten und hast diesen richtigen Ansatz erstmal gehabt, nämlich warum sollte oder muss ich überhaupt vorsorgen? Ja, also man kann jetzt von verschiedenen Seiten an das Thema rangehen. Wenn ich es mal allgemein mache, wer in Deutschland als Angestellter unterwegs ist oder Künstler ist und in die Künstler-Sozialkasse auch Beiträge abführt, der ist in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Angestellten sind sie es, ohne dass man sie fragt, ob sie möchten. Das geht automatisch. Arbeitgeber führt Sozialabgaben ab. Das ist einerseits die Krankenversicherung, dann die Rentenversicherung, ein bisschen Arbeitslosenversicherung, ein bisschen Unfallversicherung. Rentenversicherung ist der größte Posten. Knappe 20 Prozent des Bruttoeinkommens führt jeder Angestellte in Deutschland in die Rentenversicherung ab. 20 Prozent ist ja erstmal ein Wort. Zum Glück zahlt er davon nur die Hälfte, weil die andere Hälfte der Arbeitgeber bezahlt. Aber jeder Angestellte, 20 Prozent, führt er seines Bruttoeinkommens monatlich in die gesetzliche Rentenversicherung ab. Da bleibt das Geld maximal einen Monat liegen, Umlageverfahren und wird ausgezahlt an diejenigen, die heute Rente beziehen. So funktioniert das System. Idealerweise gibt es viele, die unten einzahlen und wenig, die oben Rente bekommen. Dann heißt das nämlich, dass die, die Rente bekommen, auch viel Rente oder relativ viel Rente bekommen. Doof ist es, wenn unten wenig einzahlen und oben viele Rente bekommen, dann gibt das Ganze nämlich und dann heißt das länger arbeiten und weniger Rente beziehen. Diesen Trend haben wir. Wir waren ja nicht immer bei Rentenalter 67, was momentan das Alter ist. Und immer wieder kommen dann auch mal andere Zahlen, arbeiten bis 70, arbeiten bis 80 etc. Das ist ja gerne so ein bewegtes Thema im Sommerloch, wenn die Medien gerade nicht wissen, was sie sonst schreiben sollen. Aber es ist nicht aus der Luft gegriffen, weil wir haben eine demografische Veränderung in Deutschland. Leute kriegen im Schnitt 1,6 Kinder. Wenn aus zwei Personen 1,6 werden, dann heißt das, wir werden weniger. Das ist sehr leicht auszurechnen. Und also weniger, als wir noch vorher waren. Geburtenstarke Jahrgänge, Ende der 50er bis Ende der 60er, Anfang der 70er. Da war es noch völlig normal, dass Haushalte auch mal drei Kinder hatten oder vier oder so. Wir hatten eine ganz andere Kinderquote in dieser Zeit. Diese Kinder, die seinerzeit geboren wurden, die sind heute zwischen 50 und 60 Jahre alt. Und wenn man die Uhr jetzt zehn Jahre weiter nach vorne dreht, dann sind die alle im Rentenalter. Also dann gehen sehr viele Leute in Rente. Dementsprechend scheiden sie aus dem Arbeiternehmen aus, aus dem Arbeitsleben aus. Die werden also mit einem Schlag vom Einzahler des Systems zum Entnehmer aus dem System. Was dem System natürlich nicht gut tut. Jetzt will ich das nicht dramatisieren. Im schlimmsten Fall gibt es noch eine Rentenkürzung und wird das Rentenalter halt nochmal ein, zwei Jahre drauf gesetzt. Was im Übrigen auch damit zu tun hat, dass wir immer älter werden. Also die Rentenbezugsdauer ist so hoch, wie sie noch nie war. Der Trend ist ungebrochen. Das Lebensalter bei uns Deutschen steigt kontinuierlich an. Ist auch sehr erfreulich natürlich. Aus Sicht der Rentenversicherung nicht ganz so erfreulich. Dazu kommt ja, dass einige gar nicht so lange arbeiten können. Wenn die jetzt eine körperliche Belastung haben, dann müssen sie früher ausscheiden. Lehrer haben, glaube ich, früh ein Burnout. Das heißt, 67... Genau, 67 ist schon kritisch. Also du sprichst die Lehrer an. Meine Frau ist Grundschullehrerin. 48 Jahre alt jetzt, genauso alt wie ich. Und die ist gesund und die macht gerne ihren Job. Ist alles in Ordnung. Aber wenn die berichtet aus ihrem Kollegium, bei den Kollegen, die nochmal 10 Jahre älter sind oder möglich auch schon 62 oder 63 sind, das ist ja unvorstellbar, vor so einem Haufen von 30 schreienden Kindern zu stehen, sechs Stunden hintereinander. Also es ist nicht für alle Berufe realistisch, das Rentenalter unbegrenzt weiter nach oben zu schrauben. So ein Dachdecker, der da irgendwie bei Windstärke 7 oben auf dem Dach, ist auch die Frage, will man das mit 70 noch oder kann man das überhaupt noch? Aber gut, die Rentenversicherung gibt es. Das ist erstmal etwas Positives, weil viele Länder dieser Welt beneiden uns Deutsche um ein so stabiles und gut organisiertes Sozialversicherungssystem, was wir haben. Durchschnittsrente. Wenn man weiß, es gibt natürlich, also die Rente ist in ihrer Höhe abhängig davon, wie viele Rentenpunkte habe ich in meinem Erwerbsleben erworben. Je mehr Geld ich dort einzahle, umso mehr Rentenpunkte bekomme ich, umso höher ist die Rente hinterher. Wenn man jetzt eine Durchschnittsrente skizziert, dann hat man da einerseits die geringverdienende Person im Midijob mit ein paar Kinderausfallzeiten und man hat auf der anderen Seite den Manager, der sein ganzes Leben lang oder fast sein ganzes Berufsleben lang den Höchstbeitrag eingezahlt hat. Und wir haben im Moment eine Rente, eine Netto-Rente im Durchschnitt, die skizziert wird mit 850 Euro. 850 Euro im Monat. Das reicht natürlich noch nicht mal für die Miete. Ja, und das ist der Durchschnitt. Wir haben jetzt hier in der Zuhörerschaft ja freischaffende Künstler, gerne aus der Musikerszene. Und ich sagte ja, wie der Durchschnitt hier überhaupt kalkuliert wurde, sind die denn vielleicht sogar eher noch unterhalb des Durchschnitts anzusiedeln? Fragezeichen. Ich behaupte, dass es da eine ganze Menge von Fällen gibt, die eher noch unterhalb des Durchschnitts liegen dürften, also noch eine geringere Rente zu erwarten haben. Was Menschen an Geld brauchen im Monat, um ein nach eigener Definition vernünftiges Leben führen zu können, ist natürlich auch extrem unterschiedlich. Manche geben 850 Euro vielleicht für Rasierwasser aus im Monat. Und andere sagen, mir reichen auch 600 Euro, weil ich brauche nicht viel. Ganz schwer, das zu verallgemeinern. Aber wenn man auch hier wieder versucht, so einen Standard zu definieren, dass man sagt, als Rentner, ich muss ja irgendwie wohnen, meinetwegen ein bisschen außerhalb und meinetwegen klein und einfach. Ich muss ja irgendwas essen. Ich muss meine Wohnung übrigens auch heizen und ich brauche auch Strom und ich brauche was zum Anziehen im Sommer und im Winter und brauche vielleicht noch eine Busfahrkarte, damit ich mich fortbewegen kann, weil von eigenem Auto wollen wir jetzt mal gar nicht mehr reden. Dann ist das mit 850 Euro im Monat schon sportlich herzustellen, so etwas. Wenn da sonst keinerlei Eltern werden wahrscheinlich nicht mehr dazu schießen. Also wenn ich selber in Rente bin, dann sind meine Eltern irgendwie, wenn sie noch da sind, 90 oder älter. Da ist schon eher die Frage, was das Pflegeheim dann kostet. Aber lassen wir das Thema mal weg. Du hast ja ganz viele Berichte, wo Leute aufgrund des fehlenden Geldes überhaupt nicht mehr am ganzen Sozialleben teilnehmen können. Die können ja nicht mal rausgehen und können sagen, ich trinke mir jetzt einen Cappuccino und einen Kaffee, ich gehe jetzt mal ins Kino. Und dann ist natürlich auch eine ganz große Einsamkeit da. Ja, so ist es. Also wir haben es versucht, mal an so Musterfällen hochzurechnen, ohne eigenes Auto, mit kleiner, günstiger Wohnung, eben Karte für die Öffis und ein bisschen Taschengeld auch noch. Also 1200, 1250 Euro im Monat Nettoeinkommen für eine alleinstehende Person. Ja, das würde ich persönlich als eine Untergrenze definieren, wo man sagen kann, also so ist das Altwerden mit all dem, was da physisch vielleicht an Gebrechen droht, aber zumindest wirtschaftlich noch einigermaßen lebenswert. Und da drunter, boah, weiß ich nicht. Nicht schön. Vor allem heute auch, aber dann ja gucken müssen wir, wenn wir jetzt sagen, wie ist es in 20, 30, 40 Jahren, müssen wir die Inflation ja auch noch berücksichtigen. Ja, gut, wir haben zum Glück dadurch, dass wir, ich sagte ja eingangs, die Arbeitnehmer heute, die ihre Rentenbeiträge zahlen, das wird prozentual vom Bruttoeinkommen gezahlt. Und es bleibt dort nicht liegen, sondern wird direkt wieder ausgezahlt an die Rentner. Das heißt, wenn wir in zehn Jahren, sagen wir mal, 20 Prozent höheres Durchschnittsbruttoeinkommen haben durch eine inflationäre Entwicklung, dann heißt das, die Rente ist auch dementsprechend höher. Es gibt also einen Anpassungsfaktor, kommt dann einmal im Jahr in den Tagesthemen, wo gesagt wird, die Rente wird gekoppelt an die Steigerung des Erwerbseinkommens, wird die auch angepasst. Also Inflation habe ich bewusst nicht berücksichtigt, weil sie hier zumindest erstmal systematisch kein Problem darstellt. Die Rente, die man bezieht, die ist schon so, dass sie sich auch der Inflation anpasst. Wenn ich es aus der Rentenversicherung natürlich kriege, wenn ich jetzt sage, ich mache es privat und sage, ich mache jetzt die 1,2, dann muss ich natürlich wieder anders kalkulieren. Also was private Vermögensbildung angeht, da ist die Inflation definitiv mal ein wichtigeres Thema als bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Es geht am Ende, glaube ich, erstmal darum zu erkennen, dass das System, so schön es auch ist, erstmal in seinem Puchen-Dasein, dass das keine Absicherung ist, auf der man sich alleine ausruhen kann oder wo man ganz gelassen in die Rente blicken kann. Was ich, also ich mache jetzt die Kundenberatung im Bereich Altersversorgung und Co., mache ich seit 27 Jahren mit 21 angefangen und jetzt bin ich 48. Meine Erfahrung zeigt mir, auch meine ganz persönliche im Übrigen, ich habe ja auch als Privatmensch ein Umfeld und man unterhält sich ja dann so als heute 48-Jähriger, das Thema älter werden. Gut, einerseits unterhält man sich zunehmend über Krankheiten, stelle ich fest. Ja, hier tut das Knie weh und da die Schulter und der Rücken etc., aber was noch wichtiger ist, das subjektive Gefühl des schneller Älterwerdens. Meinem Empfinden nach verschnellert sich das. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt zum Beispiel auch so geht, dass man sagt, Mensch, ich habe Geburtstag, Weihnachten, ein Jahr älter und dann wieder und wieder und wieder und guckst auf den Tacho und stellst fest, jetzt bin ich schon 48 oder jetzt eine Tochter, die macht Führerschein, die Fotos bei mir im Büro auf dem Schreibtisch als Dreijährige bei mir auf dem Arm. Ich habe das Gefühl, das ist noch gar nicht so lange her, weil das ist ja 15 Jahre her. Also Zeit vergeht subjektiv gefühlt immer schneller. Und die Zeit, die vorbei ist, die kann ich in Bezug auf Sparvorgänge auch eigentlich nur in einer Form kompensieren, indem ich mehr Geld zur Seite lege. Ich versuche das, wenn ich mit Bildern arbeite, was wir jetzt hier gerade nicht tun, gerne mal so darzustellen, dass wir in so einem normalen Leben mal von der wirtschaftlichen Seite betrachtet, eigentlich drei Phasen haben. Wir haben die erste Phase, wo man in der Obhut der Eltern komplett versorgt wird. Essen, Trinken, Urlaub, Kleidung etc. pp. Alles Eltern. Das läuft in der Regel so lange, bis man die Schule beendet hat oder das Studium, die Ausbildung, sage ich jetzt mal. Und dann ist man, je nachdem, was man für eine Ausbildung hat, irgendwie zwischen 18 und meinetwegen Mitte 20, egal. Dann beginnt Phase 2, das ist die Phase des Erwerbslebens, wo man selber auch für sein Dasein sorgt wirtschaftlich, wo die Eltern nicht mehr den Unterhalt für einen bezahlen. Und diese Phase ist die längste meistens, sagen wir mal 20 bis Mitte 60, 45 Jahre. Und dann kommt die dritte Phase, wo ich nämlich entweder nicht mehr arbeiten kann, weil mein Chef mich einfach nach Hause geschickt hat oder weil ich auch nicht mehr arbeiten will, weil ich vielleicht auch feststelle, als selbstständiger Künstler am Markt, ich habe den Touch vielleicht gar nicht mehr so zu der Szene, die da jetzt das Geld am Markt verdient. Also dass man einfach, dass die Zeit einfach vorbei ist, wo man jetzt die Cola dienen kann mit dem Dasein. Wann immer das auch ist als Künstler, aber wenn man jetzt mal sagt, mit Mitte 60 ist es irgendwann vorbei, diese Phase 2, dann schließt sich an Phase 3, dann muss ich ja von dem leben, was ich mir vorher zur Seite gelegt habe. Das geht überhaupt nicht anders. Ich meine, wir haben in Deutschland, auch das ist eigentlich eine sehr komfortable Situation, wir haben mit dem Arbeitslosengeld 2, also mit Hartz 4, haben wir ein Netz. Also in Deutschland verhungert man nicht. Jeder hat in Deutschland eine Krankenversicherung, es gibt Wohngeld, Mietgeld etc. Also wenn ich jetzt nicht vorgesorgt habe oder nicht ausreichend, dann lande ich eben in der Grundsicherung. Genau, das heißt dann nicht mal Hartz 4, sondern beim Alter dann Grundsicherung, genau. Also und ich habe jetzt jüngst vor wenigen Tagen tatsächlich eine Zahl gehört in irgendeiner Nachrichtensendung und ich meine, dass da die Rede war von knapp 20% der Rentner, die noch zusätzliche Mittel beantragen müssen, um existieren zu können. Das ist natürlich schon beängstigend. Und heute, ich hatte ja die geburtenstarken Jahrgänge, also das Rentensystem, dem geht es im Moment noch gut. Wir haben immer noch eine Boomzeit, wir haben Vollbeschäftigung, Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie. Das Rentensystem wird voll gebuttert mit Beiträgen wie Jahrzehnte nicht. Also im Moment ist alles eigentlich schön und trotzdem haben wir eine nennenswert hohe Anzahl an Leuten, wo die gesetzliche Rentenversicherung nicht reicht. Das fand ich aber auch krass. Ich habe zum Beispiel, also nicht nur Künstler gesehen, sondern auch mal wieder Beiträge von Frauen, die vor 30 Jahren oder sowas geheiratet haben. Der Mann ging arbeiten, die Frau ist nicht mehr arbeiten gegangen, hat den Job aufgegeben, hat sich komplett um die Kinder gekümmert. Dann gab es auch noch eine Scheidung irgendwann. Die Frau hat also nie eingezahlt und das finde ich immer so interessant, weil die sich dann nachher wundern, warum sie so wenig Geld kriegen. Und man sagt, aber das ist doch klar, woher soll es denn kommen? Aber ich glaube, das ist auch so eine ganz andere Generation gewesen, wo wir noch so eine Geschlechtertrennung einfach hatten oder so eine klare Rollenaufteilung. Der Mann geht arbeiten, die Frau nicht und nachher guckt die Frau in die Röhre auf, gut deutsch. Ja, das ist aus Sicht von Frauen. Also Frauen haben, gerade wenn es zu Scheidungen kommt, natürlich noch mal ein besonderes Problem häufig. Aber eine Sache steht mal fest, das ist eine ganz biologische Tatsache. Also wenn einer Kinder bekommt, dann sind es nun einfach noch die Frauen. Das wird auch so bleiben. Und wenn Kinder da sind, dann wird die Erwerbsbiografie häufig auch mal derart verändert, dass da Pausen drin sind. Das wird zwar mit Elterngeld und dann gibt es ja Kindertagesstätte heute schon und wenn das Kind, ab dem ersten Lebensjahr kann ich ja mein Kind schon in so eine Kita geben und so, hat sich viel getan. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Überschrift, dass sich egal welche Bundesregierung auch kümmert. Ich finde auch ganz gut kümmert. Aber als Frau ist die Situation, gerade wenn Kinder da sind, vielleicht sogar noch mehrere Plural, dass dann das Rententhema noch mal ein schärferes ist. Wir haben Stichwort Scheidung. Zwar etwas, das ist eigentlich im Gesetz ganz fair verankert worden, noch genau aus diesen Zeiten heraus, die du angesprochen hast. Anderes Rollenbild, Frau tendenziell eher zu Hause am Herd und Kinder erziehen und so weiter und der Mann verdient das Geld. Gibt es im Scheidungsfall den Sohn einen Versorgungsausgleich. Die Zahl Dreisiebtel spielt dabei eine Rolle, dass nämlich die Rentenanwartschaften, also das, was der Mann zu erwarten hat an Rente, dass er das dann im Scheidung der Scheidung mit seiner Frau teilen muss. Ich mache jetzt hier immer noch das klassische Bild, Mann arbeitet, Frau nicht, kann natürlich auch alles umgekehrt sein. Ja, ich habe gerade angefangen. Also ist es so, dass das Gesetz hier schon ein paar Absicherungen vorsieht, aber was ist denn, bleiben wir wieder bei den Künstlern, wir haben jetzt hier so ein Künstlerpärchen und die machen gar keine Altersversorgung, also weder er noch sie. Die kommen irgendwie zurecht, mal mehr, mal weniger, aber insgesamt ganz gut. Dann kommt es nach 20 Ehejahren zu einer Scheidung, hat die Frau Dreisiebtel Anspruch auf die Altersrentenanwartschaften des Mannes und der sagt, ja kannst du haben, null. Dreisiebtel von null ist immer noch null. Dann hilft das natürlich auch nichts. Aber kurzum, ich will es eigentlich ja nur zum Ausdruck bringen, Rente, ja der Staat hilft, zwingt teilweise auch seine Bürger in ein System vorzusorgen. Also man wird zur Vorsorge gezwungen, alle Angestellten müssen jeden Monat da Geld einzahlen. Würde man jetzt alle Angestellten mal fragen, möchtest du eigentlich jeden Monat 10% deines Einkommens, also die Hälfte von 20, willst du die jeden Monat für die Rente zurücklegen oder nicht? Der Anteil würde mich mal interessieren, wie viele dann sagen, nö, will ich nicht. Aber die Frage stellt sich nicht, ist eine Pflichtversicherung, insofern ist das okay. Aber nochmal zurück, Durchschnittsrente 850 und die ist einigermaßen positiv mal skizziert, hier wird für viele Künstler gerade eher eine niedrigere Zahl sein. Und da sind wir schnell im Bereich der Grundsicherung. Will man das? Will man wirklich für das neue Paar Schuhe zum Amt gehen, zu seinem Sachbearbeiter und sagen übrigens, ich muss nochmal und dann sagt er, nein, das hätten sie aber von ihrem letzten Geld und so weiter. Oder Pfandflaschen sammeln oder so. Ja, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das insgesamt als nicht angenehm vor, von jemand anders im Alter abhängig zu sein, von einer Behörde abhängig zu sein, da wöchentlich auf dem Flur zu sitzen und irgendwelche Zettel auszufüllen und so weiter. Also schön ist das mit Sicherheit nicht. Ich kann mir auch, es gibt zwar, glaube ich, einen gewissen Trend bei jungen Menschen, die auch sagen, mir doch egal, brauche nicht viel, im Zweifel macht der Staat. Vielleicht bin ich da tatsächlich eine andere Generation, für die das ein absolutes Horrorbild ist. Aber vielleicht muss man da auch nur immer wieder darauf hinweisen, was das faktisch eigentlich bedeutet, vom Staat leben zu müssen. Das ist, man muss permanent bitte, bitte sagen. Ich glaube, wer sich jetzt einen gewissen Lebensstandard aufgebaut hat, wir reden ja nicht mal von Luxus, von Urlaub oder ein bisschen Urlaub oder mal essen gehen und mal Kino, das addiert sich ja ganz schnell und dann einfach zu sagen, naja klar, wenn ich alt bin, dann mache ich das einfach alles nicht mehr. Das wird entweder nicht gehen oder wenn es eben gehen muss, ist es eine extrem starke Einschränkung. Also das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mit der staatlichen Altersvorsorge überhaupt nicht auskomme. Also ich muss jetzt selber vorsorgen, welche, also ich muss ja nicht noch was anderes machen, man kann auch sagen, mach es halt nicht, dein Pech. Aber jetzt können wir mal gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass ich selber vorsorgen kann, dass mir nicht ganz so dreckig geht. Also reich heiraten? Nein, Spaß natürlich, aber für manche auch ein probates Mittel, ja, einfach reich heiraten. Nein, wir haben, um mal noch bei dieser besonderen Situation zu bleiben, ja, reich heiraten oder wenn ich halt reiche Eltern habe oder Großeltern, da ist Substanz in der Familie und ich weiß genau, selbst wenn meine beiden Eltern Pflegefall werden über 20 Jahre, da bleibt so viel über, dass ich irgendwie ein Auskommen habe. Also Erbengeneration ist so das Stichwort dazu und wir leben in einer Erbengeneration. Es gibt gar nicht mal so wenige, die in dieser Nachkriegsgeneration, also die Eltern gehören zur Nachkriegsgeneration, die haben was aufgebaut, die haben Vermögenswerte gebildet, Häuschen gebaut, Geld gespart, vielleicht noch Immobilien zur Kapitalanlage gekauft, Aktien, was auch immer. Also da ist Substanz in der Familie, die Substanz ist derzeit bei den Eltern und wenn man selber in Rente ist, zwischen 60 und 70, mal ganz grob definiert, dann sind die Eltern zwischen 90 und 100, in den meisten Fällen, da ist der Erbfall rein biologisch meistens nicht besonders weit, dann ist das eine komfortable Situation. Wobei ich das Erbe auch versteuern muss. Ja, ab gewissen Mengen, aber es gibt gerade bei Verwandtschaft ersten Grades, also von deinen Eltern kannst du schon einen nennenswerten Betrag übernehmen. Also der reicht wahrscheinlich schon komplett, um deine Rente zu finanzieren, bis du überhaupt den ersten Euro Steuern zahlst, Erbschaftssteuer zahlst. In diesem positiven Umstand befindet sich jetzt aber nicht die Mehrheit. Wenn ich mit Kunden spreche, die mich genau das fragen, was soll ich überhaupt noch machen, ist das aber meine Eingangsfrage. Ja. Weil wenn du jetzt weißt, ich arbeite eine Million und zwar ungefähr, wenn ich in Rente gehe. Ja, dann ist doch die Frage, will ich jetzt heute Geld zur Seite legen und einmal weniger in Urlaub fahren? Ja. Warum? Würde ich dich fragen, warum? Fahr doch in Urlaub. Wer weiß. Vielleicht wirst du ja auch gar nicht so alt. Das höre ich im Übrigen ganz häufig. Was soll ich für die Rente tun? Ich weiß ja gar nicht, wie alt ich werde. Ich lebe doch jetzt. Ja. Ja. Und das ist auch richtig. Ich sage wirklich, Altersversorgung halte ich für total wichtig. Ich würde es allerdings auch nicht übertreiben, weil dieser lapidare Satz, ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt zu alt werde, der ist natürlich wahr. Ja. Wenn ich in totaler Entbehrung dahinvegetiere, Hauptsache ich habe dann als Rentner mal Geld und dann bin ich todsterbenskrank oder vielleicht sogar früh tot, dann war das ja eine blöde Rechnung. Also mein Stichwort dazu ist, von Balance zu reden. Ich muss die Balance zwischen vernünftigen wirtschaftlichen Handeln und vorsorgen und dem Genuss des heutigen Alltags irgendwo finden. Balance heißt, ich muss beides berücksichtigen. Balance heißt nicht, ich gebe mein ganzes Geld heute aus. Das hat mit Balance irgendwie nichts zu tun. Ja. Aber umgekehrt auch nicht. Jetzt jeden Euro zur Seite legen und sich nichts gönnen, halte ich auch für nicht gut. Muss aber jeder für sich selber definieren, was die richtige Balance ist dafür. Stichwort, ich weiß ja gar nicht, wie alt ich werde. Ja, stimmt. Kann sein. Ich sorge jetzt vor, ich kriege mit 67 eine ganz tolle Rente ausgezahlt, bin mit 68 tot. Dann war das ein blödes Geschäft. Muss man ganz klar so sagen. Ich bringe, du warst ja auf meiner Veranstaltung auf der Messe, ich bringe mir jetzt gerne das Beispiel meiner Oma, die ist wirklich, ich schwöre, die hat jetzt am 23. Oktober Geburtstag und die wird 105. Oh, Respekt. So. 105 in einem Altenheim, Rollator, hört nicht mehr so richtig gut, sieht nicht richtig gut, aber beteiligt sich am politischen Leben und ist da noch so eine Art Klassensprecher im Altersheim. Also 105, mit 60 in Rente gegangen. Ja. 45 Jahre. Jetzt stell dir vor, du musst 45 Jahre, bitte, bitte machen, damit man dir die nächste Winterjacke bezahlt. Und das ist ja auch genau die Zeit, in der man dann eventuell gearbeitet hat. Vielleicht hat man 45 Jahre gearbeitet, wenn man mit 20 angefangen hat. Ja. Erst mal 45 Jahre dann rennt. Das ist natürlich extrem, ja. Also ich glaube auch trotz steigender Lebenserwartung. 105 würde ich jetzt nicht jedem prognostizieren, dass er so alt wird. Aber Tendenz ist immer älter werdend, ja. Auch der Mann hat heute eine prognostizierte Lebenserwartung von 80 Jahren. Wie existiert man dann? Das ist eine Frage, die einfach ins Bewusstsein der auch Künstler gehört. Und dann ist die Frage, so hattest du ja begonnen, ich habe etwas weiter ausgeholt, was kann ich denn überhaupt machen? Also es gibt ja jetzt auch nicht diesen einen Weg, weil wir immer denken, es gibt diese eine Strategie. Ja. Es gibt ja viele verschiedene Strategien, wo wir jetzt über… So ist es. Und am Ende ist es auch klar, man kann sehr genau beleuchten, welche Strategie war von irgendeinem Punkt der Vergangenheit gerechnet bis zum heutigen, war die beste. Das kann man total, alle Daten sind ja verfügbar. Da kann man genau sagen, wenn ich jetzt die und die Aktie gekauft hätte vor 25 Jahren, also das wäre die beste Anlage gewesen, die man überhaupt machen kann. Hätte ich vor zig Jahren Apple oder Amazon gekauft? Sowas, ja. Genau. Bekloppt reich. Aber bleiben wir bei diesen beiden Werten. Wenn du heute beginnst, Aktien von Apple und Amazon zu kaufen, jeden Monat so wie du kannst und baust deine Rente darauf auf, weißt du, ob die Performance der nächsten 25 Jahre genauso gut ist wie die der letzten? Kannst du nicht wissen. Also bei der Vermögensanlage lernt man als Kaufmann im ersten Lehrjahr das Prinzip der Mischung und Streuung ist das Richtige. Also zu Deutsch nicht alle Eier in einen Korb legen. Also erstens nicht nur in eine Aktie investieren, sondern wenn ich in eine Aktie investiere, klar, in mehrere und vielleicht nicht nur als Altersvorsorge Aktien haben, sondern auch andere Sachen. So ist es. Diejenigen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung sind, zum Beispiel auch über die KSK gesetzlich rentenversichert sind, die tun was für ihre Rente und mit Aktien hat das auch überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, das ist ja ein umlagefinanziertes System, ich partizipiere von der Wirtschaftskraft der arbeitenden Generation, die dann arbeitet, wenn ich in Rente bin. Das ist gut. Kann man nur sagen, als Sockel würde ich das mal bezeichnen, nicht als Beimischung, sondern als Sockel einer Altersversorgung ist das sehr solide und gut. Man kann jetzt mit Banken und mit Versicherungen über Geldanlage sprechen. Und drei Berater haben vier verschiedene Konzepte. Wie du schon richtig sagst, es gibt nicht das eine richtige. Ich glaube, dass Bauchgefühl eine Rolle dabei spielt und dass dieses Prinzip Mischung und Streuung der Anlagen sehr wichtig ist. Ein bisschen gemischt ist es allein schon dadurch, dass man gesetzlich rentenversichert ist, halte ich für eine gute Basis. Aktien, du hast es angesprochen, unterliegen einer höheren Wertschwankung, erfahrungsgemäß. Auch jetzt wieder nur der Blick zurück. Vielleicht laufen die ab morgen auch alle konstant in eine Richtung, ist aber unwahrscheinlich. Also Aktienmärkte schwanken und insofern spielt eine Rolle der Anlagehorizont, also die Dauer. Wenn ich jetzt 55 bin und sage, oh Gott, ich muss aber noch ganz dringend und ich habe auch jetzt genug Geld, ich mache jetzt auch, ich packe jetzt jeden Monat zur Seite Betrag X, damit ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren Geld habe. Hier 100 Prozent auf Aktien zu setzen, ist riskant. Weil, ich weiß ja nicht, wenn in fünf Jahren der große Crash kommt, den wir ja schon ein paar Mal hatten, dann habe ich vielleicht meine Werte halbiert. Das haben wir durchaus gehabt. Da fliegt wieder irgendein Idiot mit dem Flugzeug irgendwo rein. Oder Krieg irgendwo, wirklich jetzt hier Nahost haben wir im Moment, da brennt es ein bisschen. Da weiß man alles nicht, was die Aktienmärkte dann machen. Heißt, konservative Anlagen beizustreuen, halte ich auch für gut. Hier muss man wissen, konservative Geldanlagen bringen zurzeit de facto gar keine Zinsen mehr. Ob jetzt 0,5 oder 1,2 oder irgend sowas Zinsen, ich werte das mal alles in die Kategorie Zinsen, gibt es nicht mehr. Vielleicht definieren wir nochmal die konservativen Wertanlagen. Konservative Wertanlagen wären Anleihen, Bundesschatzbriefe, das, was man bei einer Bank kauft oder auch, was man bei einer Versicherung kauft. Hier gibt es klassisch verzinste Versicherungsprodukte mit einer Garantieverzinsung. Garantiezins bei deutschen Versicherern liegt aktuell bei 0,9 Prozent. Also diesen Zinssatz garantiert der Versicherer seinen Kunden. 0,9 Prozent. Früher konnte man ganz tolle Rechnungen machen mit dem, rund um das Wort Zinseszinsen. Da spricht heute gar keiner mehr von. Weil da, wo es kaum Zinsen gibt, gibt es auch keine Zinseszinsen. Man kann also sagen, ganz simple Rechnung, so versuche ich das auch immer meinen Kunden vor Augen zu führen. Wenn ich 30 Jahre lang 500 Euro im Monat einzahle, dann kann ich 15 Jahre lang 1000 Euro entnehmen. Da können wir jetzt verschiedene Rechenbeispiele machen. Also das ist eine Spardose, da schmeiße ich Geld rein, damit ich da irgendwann von lebe. Ein bisschen Zinsen gibt es auf die Spardose, aber wir haben auch ein bisschen Inflation. So. Insofern einfache Milchmädchenrechnung. Das, was ich später verbrauchen möchte, das muss ich vorher selber einzahlen. Und wir haben jetzt sogar mehr Inflation als die Zinsen. Als die Zinsen, ja. Also habe ich nachher eigentlich weniger Wert in meinem Sparschein. Ja, das ist so. Ich würde hier, und da haben wir konkret auch was zu entwickelt, ich würde hier nochmal den Blick auf die staatlichen Förderungsoptionen nutzen. Du hast vorhin mal den Begriff Riester gebracht. Der Staat möchte ungern eine riesen Herrscher an sozialhilfebedürftigen Rentnern sich heranziehen. Und da die Lage so ist, wie sie ist, und auch die Prognose so ist, wie sie ist, mit einer sehr hohen Sicherheit, hat man beschlossen, private Vorsorge zu fördern. Und diese Förderungsmöglichkeiten, die haben dann verschiedene Namen, meistens benannt nach dem Politiker, der sich das mal irgendwie ausgedacht hat, ist aber eigentlich egal. Der Staat fördert Altersversorgung. Und die Förderoptionen zu prüfen und zu nutzen, ist meiner Meinung nach unbedingt empfehlenswert. Wir haben das Ganze umgesetzt in einem Konzept, das nennen wir Musikerversorgungswerk, an diverse andere Versorgungswerke angelehnt von der Idee her, die sich immer auf gewisse Berufsstände beziehen. Hier ist die staatliche Förderung der sogenannten Basisrente enthalten. Die heißt kurzum, ich kann den Beitrag, den ich dort einzahle, in dieses Versorgungswerk, von der Steuer absetzen. Das mindert also mein zu versteuerndes Einkommen. Dazu muss ich natürlich auch Steuern zahlen. Wenn ich keine Steuern zahle, kann ich ja keine sparen, ist klar. Aber gehen wir mal davon aus, dass jeder irgendwie Steuern zahlt, Einkommensteuer. Dann zahlt man dort so lange so viel Geld ein, wie man kann und wie man für nötig befindet. Und kriegt dann eine lebenslange Rente am Ende. Das Besondere an dem, was wir unter dem Namen Musikerversorgungswerk anbieten, ist das, was unsere Erfahrungen auch gerade Künstler besonders nicht nur zu schätzen wissen, sondern gerade zu fördern, auch brauchen. Das ist Flexibilität. Ja. Weil wir hatten das in einem anderen Beitrag, da ging es um die Sozialversicherungsbeiträge, die ja einkommensabhängig sind. Wie kann überhaupt ein Künstler zu Beginn eines Jahres wissen, was er jetzt in dem laufenden Jahr für Geld verdient? Das ist enorm schwer. Die Schwankungen sind immens. Wenn man das mal vergleicht mit so einem klassischen deutschen Beamten, der kann ja heute schon sagen, was er in fünf Jahren für Einkommen verdient. Das weiß der jetzt schon. Ja, frag mal einen Musiker, was er in einem halben Jahr für Einnahmen hat. Meistens weiß der das nicht. Und die Flexibilität bei der privaten Altersversorgung, die ist eigentlich mit so einem klassischen Versicherungsvertrag schwer darstellbar. Weil die Rechnung, ich hatte es ja ungefähr skizziert, ist relativ einfach. Man definiert irgendwo eine Zielvorgabe, also wo möchte ich hin, was den Rentenanspruch betrifft. Man zieht das ab, was wahrscheinlich von der gesetzlichen Rentenversicherung rauskommt. Und dieses Delta muss in Form eines Versicherungsvertrages abgesichert werden. Und hier, Stichwort keine Zinsen, hier muss ich das vorne einzahlen, was hinterher herauskommen soll. Das heißt aber ein starrer Beitrag. Da kommt, wenn ich jetzt einen jungen Musiker berate, der kommt dann raus, der muss jetzt 173 Euro im Monat seine Rente bezahlen. Er sagt, das stimmt, sehe ich ein, finde ich auch total sinnvoll. Habe ich auch, konnte ich auch die letzten Monate immer, traue ich mir zu, mache ich. So, wenn dann aber doch mal eine Delle kommt im Einkommensverlauf und die 173 Euro, die er da jeden Monat bedienen muss, die verursachen ihm auf einmal Schmerzen. Vielleicht sogar solche Schmerzen, dass er Dispozinsen zahlen muss für ein überzogenes Girokonto mit, keine Ahnung, 8% Dispozinsen, um seinen Versicherungsvertrag zu bedienen. Das ist ja doof. Da haben die Leute auch keinen Spaß dran. Und dann kommt es zu dem, was eigentlich das Unschönste überhaupt ist, wenn man seine eigentlich mal gesteckten Pläne in Sachen Rentenvorsorge aufgeben muss und an seinen Spargroschen rangehen muss, das auflösen muss, um irgendwelche Sachen zu bezahlen. Deswegen finde ich mir zwei Sachen wichtig, dass ich A, die Beiträge anpassen kann, also drei Sachen, A, die Beiträge anpassen kann, eben nach unten, nach oben, dass ich eventuell sogar mal aussetzen kann und dass ich auch Einmalzahlung machen kann. Aber was ich manchmal gerne mache, wenn ich jetzt einen super tollen Monat hatte, dann gönne ich mir was, aber nicht, indem ich lecker Eis essen gehe oder so, sondern dass ich sage, ich gönne mir jetzt noch ein bisschen Altersvorsorge und dann werden nochmal eben 1000 Euro oder wie viel auch immer nochmal extra eingezahlt. Also diese Sachen aussetzen, Beitragsanpassung und einmalige Zusatzzahlung, finde ich immer ganz, ganz wichtig. Absolut, genau. Und da deckt sich dann eine Vorstellung auch mit der gesamten Künstlerszene, muss man sagen. Erstmal die objektive Ausgangslage ist so, meistens geringe Rentenansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung, weil auch nur geringe Beiträge eingezahlt werden über KSK. Schwankendes Einkommen, dementsprechend auch schwankende Steuerbelastung. Einkommenssteuer richtet sich ja nach dem Einkommen und das wirst du auch wissen als Freiberufler, wenn du ein tolles Jahr hattest und das Konto ist voll, da vergeht dann ja eine gewisse Zeit, bis deine Steuererklärung mal verwurstet ist und dann kommt der Bonk. Plus erhöhte Vorauszahlung und so weiter. Es ist ja wirklich so ein bisschen tricky als Freiberufler, wo man nicht jeden Monat direkt seine Steuern bezahlt, sondern das kommt ja immer mit Zeitversatz. Ich zahle das immer extra auf noch ein Steuerkonto ein. Dann machst du das richtig, ja, aber das machen viele nicht, sondern die werden allein schon von den Quartalsterminen zur Einkommenssteuervorauszahlung regelmäßig wieder überrascht. Regelmäßig überrascht ist eigentlich schon etwas, was sich widerspricht, aber das Konzept, was gerne angenommen wird, ist, einen niedrigen Sockelbetrag zu definieren. Alleine schon, um das Gewissen zu beruhigen. Rente, ja, mache ich was. Man muss jetzt vielleicht aufpassen, dass man nicht von dem Beruhigen des Gewissens in die Selbstverarschung kommt. Ja, nach dem Motto, Rente will, mache ich doch. Ich zahle doch 10 Euro jeden Monat. Ja, ja. Das ist doch super. Ja, passiert, kommt natürlich nichts daraus, ist klar. Aber wir bieten tatsächlich an, in das Musiker Versorgungswerk einzutreten mit einem Monatsbeitrag von 10 Euro. So, das kann sich erstmal sowieso jeder leisten. Und dann, du hast ja gesagt, ich muss einmal Beiträge zahlen können. Dann erinnern wir unsere Mitglieder in dem Versorgungswerk einmal im Jahr, und zwar immer Richtung Ende des Geschäftsjahres. Wenn man auch so ungefähr absehen kann, wie ist es denn auch steuerlich gelaufen, dann erinnern wir dran, Hallo, Rente, wichtig, denk dran, Einmalzahlung. Ab 500 Euro Einzahlung sind Einzahlungen möglich. Überweisungsträger fügen wir immer direkt gleich mit bei. Und dann kann ich Jahr für Jahr aufs Neue entscheiden, was möchte ich denn dieses Jahr für meine Rente tun. Und das erfordert Disziplin. Weil das, was du gerade beschrieben hast, also ich erlebe dich jetzt überhaupt, so wie du es beschreibst, und auch wie ich dich jetzt kennengelernt habe, als sehr disziplinierter Mensch, ist ja nicht jeder so. Und das geht auseinander, nicht nur bei Künstlern, sondern egal, das geht durch alle Berufsstände durch, dass Disziplin nicht zwingend jedem gegeben ist. Dass so eine hilfesicherer, echt, ja. Genau, eine Erinnerung. Wir sind dann so das schlechte Gewissen, der Reminder, der einmal im Jahr kommt, Hallo, denk dran, Rente, mach was. Ja, aber die 10 Euro im Monat, man kann natürlich auch 20, 50, 100 oder so was, man bestimmt den Betrag frei. Die Untergrenze sind 10 Euro. Wenn jemand sagt, pass auf, also 100 Euro, die gehen auch immer, ja, die will ich auch zur Seite legen, dann muss ich gar nicht erst nachgrübeln, gebe ich das Geld gar nicht erst aus und so, das kann jeder selber entscheiden. Aber die Untergrenze ist so, es kann sich jeder leisten. Wir erinnern einmal im Jahr an die Zuzahlung und der Beitrag, der dort reingeht, ist voll steuerlich absetzbar. Voll stimmt nicht ganz, in diesem Jahr sind es 90 Prozent, das steigt jedes Jahr um zwei Prozent, in Kürze ist es voll, aber ich sage jetzt mal voll, ja, voll steuerlich absetzbar. Das Ganze wird konservativ angelegt, konservativ hört sich positiv an, ist auch positiv, weil sicher, also nicht irgendwie ukrainische Silberminen oder sonst was, und morgen ist die Kohle weg, sondern sicher heißt, bei einer großen deutschen Lebensversicherung wird das angelegt, mit einer Garantieverzinsung, total langweilig, aber langweilig hat er auch was Positives. Also beim nächsten Börsencrash wird man nicht des Schlafs beraubt, sondern man weiß, ja, egal, ich habe zwar eine geringe Zinserwartung, aber ich habe dafür eine hohe Sicherheit, was meine Rente betrifft. Von daher habe ich ja wahrscheinlich einen anderen Vorteil. Wenn ich jetzt in Aktien anlege, dann kann ich später im Alter entweder sagen, ich versuche von den Dividenden zu leben, die aber gar nicht unbedingt, genau, schwanken und auch gar nicht mal so hoch sind. Die Kursentwicklung kann wieder was anderes sein. Kann auch nach unten gehen. Kann auch nach unten gehen. Oder ich kann sagen, na, ich verkaufe jetzt meine Aktien, aber das ist natürlich ein endlicher Wert. Wenn ich jetzt mal, auf doof gesagt, 10 Aktien habe, dann habe ich vielleicht, sagen wir es mal, meine 10.000, was für Aktien das sind. Ich habe 10 Amazon-Aktien und das sind 10.000 wert. Dann kann ich sagen, super, ich kann aber davon jetzt 8 Monate lang leben. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich sage, okay, ich habe aber noch was, wo immer wieder mein Geldstrom nicht versiegt. Das ist ja auch eine Wette auf Zeit dann. So ist es. Also das ist eigentlich, ja, das ist eine richtige Beschreibung. Eine Versicherung ist per se ja immer eine Wette. Ja. Also auch wenn du eine Vollkasko-Versicherung für dein Auto machst, dann ist das ja eine Wette. Fährst du jetzt gegen einen Baum, musst die Versicherung zahlen, fährst du ein Jahr nicht gegen einen Baum, ist dein Geld weg. Dann geht im nächsten Jahr die Wette wieder von vorne los. Hier ist es so, dass wir, der Kunde hat die Wette dann verloren, wenn er früh stirbt, weil dann bekommt er weniger raus, als er eingezahlt hat. Und umgekehrt die Versicherung verliert, wenn der Kunde älter wird als der Durchschnitt. Weil die Kalkulation ist natürlich immer auf den Durchschnitt bezogen. Flexibilität, niedriger Startbeitrag, dann die Möglichkeit des Nachschießens von Beiträgen und die volle steuerliche Absetzbarkeit, das sind die Argumente pro. Wenn wir jetzt sagen, wir haben den Sockel gesetzliche Rentenversicherung, wir haben das Musikerversorgungswerk als flexibles Instrument der privaten Altersversorgung oben drauf gesattelt. Ich begegne derzeit vielen, auch Laien, ohne viel Ahnung, die sagen, Immobilie, Wohnung kaufen. Ja, ist total super, wenn man die Wohnung vor 10 oder 20 Jahren gekauft hat. Also die Immobilie, ich sagte ja eingangs, jetzt mal zurückblicken, dann kann ich dir genau sagen, was wäre am besten gewesen für dich. Aber genauso unsicher ist es jetzt vorauszusagen, was ist denn für die Zukunft für dich das Beste? Wissen wir, ob die Immobilienpreise sich weiter so entwickeln werden? Jetzt auch mal bezogen auf einen bestimmten Markt, wenn der Kunde jetzt in Castro-Proxel wohnt, ja, weißt du es? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Klar, es ist eine Möglichkeit der Altersversorgung. Jetzt kann ich eben nicht sagen, ich kaufe ein Haus und verkaufe das dann wieder. Oder ich hoffe, dass ich das dann verkaufen kann, weil es im Wert gestiegen ist. Eben wissen wir auch nicht. Dazu kommt ja noch, es gibt ja Leute, die machen das beruflich. Da gibt es ja schon einen Grund dafür, dass sie das beruflich machen und ich nicht. Also mal einfach sagen, ich kaufe ein Haus und renoviere das oder lasse das renovieren, ist wahrscheinlich auch nicht so einfacher. Oder die Möglichkeit zu sagen, naja, ich gehe jetzt einfach hin und lebe von den Mieteinnahmen. Dann musst du erst mal gucken, dass du ja auch das Haus und die Wohnung abbezahlen musst. Dann hast du vielleicht Mietnomaden. In Standhaltung. In Standhaltung. Ich habe einen Artikel gelesen, dass ich glaube, ein Drittel der Vermieter in Deutschland kein Plus machen. Und meine Vermieterin, die hatte drei Häuser geerbt. Das Konzept von denen ist es, dass sie sämtliche Einnahmen wieder reinvestieren. Die haben bei allen drei Treppenhäusern alles neu gemacht. Das geht ja wahnsinnig ins Geld. Die ganzen Wohnungen versuchen sie jetzt zu renovieren. Also wenn jemand neu reinkommt, hauen die das ganze Geld wieder rein. Das ist gerade eine komplette Nullnummer in der Hoffnung, dass wenn die in Rente gehen, dass die dann nichts mehr machen müssen und das Geld für sich behalten können, was auch nicht zu 100 Prozent funktioniert. Also es kann funktionieren mit Immobilien, aber auch da, man muss genau wissen, was man tut. Ja, und ich würde im Leben nichts sagen gegen Immobilienanlagen. Ich mache die selber auch und habe sogar super Erfahrungen gemacht damit. Aber es ist nicht, wenn ich der Herde immer hinterher laufe, dann ist das meistens kein gutes Rezept. Im Moment haben wir zwar extrem niedrige Zinsen, jeder kann sich Immobilienkündite leisten, aber wir haben dementsprechend auch gestiegene Preise am Immobilienmarkt. Die Preise sind gerade in Ballungsräumen perversem Niveau angekommen. Also ich komme jetzt aus Hannover, Neubauwohnungen unter 5000 Euro im Quadratmeter gibt es nicht mehr. 100 Quadratmeter Wohnungen, eine halbe Million. Selbst wenn ich keine Zinsen zahle, das sind 500 Monate, die ich 1000 Euro bezahlen muss, wenn ich 500.000 Euro mehr leihe von der Bank, wenn ich sie denn bekomme. Aber die Schulden müssen ja auch zurückgezahlt werden, dann ist das Ganze irgendwann renovierungsbedürftig. Standhaltung und so weiter. Versicherung. Immobilien gut, am besten sogar die selbstgenutzte Immobilie. Wenn man die zu einem guten Preis bekommt, halte ich für sicherlich interessant, das zu tun. Aber ich komme immer wieder zurück, Mischung und Streuung. Da man unmöglich wissen kann, was die nächsten 10, 20, 30 Jahre die beste Anlage ist, macht man am besten von allem ein bisschen und versucht, sich halbwegs konservativ aufzustellen, um überhaupt Geld ins Haben zu bringen. Das ist das Wichtige dabei. Und klar, man kann zocken mit Immobilien, mit Aktien, mit Optionen, was auch immer. Hat dann halt das Risiko am Ende ganz ohne darzustellen. Und das soll am Ende jeder für sich bewerten. Aber erst mal überhaupt zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, in die Rentenvorsorge privat einzusteigen, mit einem kleinen Startbeitrag, plus einem Zuschussbeitrag, den ich jedes Jahr neu festlege. Da möchte ich noch ein Wort verlieren zu. Und zwar, nicht zu Unrecht stehen ja Versicherer teils in dem Licht, dass sie nicht immer nur das Wohle des Kunden, ich sage mal ganz vorsichtig, sondern natürlich, jedes Wirtschaftsunternehmen verdient auch Geld. Wenn Versicherungen solche Konstrukte anbieten, dann verdienen die damit auch Geld. Dieses Geld verdienen die durch Kosten, die in den Verträgen stecken. Und wenn Zinsen niedrig sind, Kosten aber unverändert hoch sind, dann ist das für den Endverbraucher immer schlecht. Also auf die Kosten eines Vertrages zu achten, ist erstmal für jeden, der irgendeine private Vorsorge trifft, unbedingt empfehlenswert. Mittlerweile, der Gesetzgeber hat alle Anbieter von privaten Vorsorgeprodukten verdonnert, viel transparenter zu werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also jedes Versicherungsprodukt zur Vorsorge hat ein sogenanntes Produktinformationsblatt. Das muss einem Antragsteller ausgehändigt werden, bevor er einen Antrag stellt. Und in diesem Produktinformationsblatt kann man, wenn man sich beraten lässt, konkret nachfragen den Berater, dass man das bitte sehen möchte, Produktinformationsblatt. Da steht in Euro und Cent, wie hoch die Kosten dieses Vertrages sind. Und wenn man sich jetzt fragt, wer ist überhaupt der richtige Anbieter, gehe ich jetzt zur Allianz, zur AXA, zur DBK, zu egal wo, und mache dort eine private Rentenversicherung, dann lohnt es sich mal, in das Produktinformationsblatt zu gucken. Gerade wenn ich mir zwei, drei Angebote reingeholt habe, dieses Blatt haben alle, da steht es in Euro und Cent drin, wie hoch sind die Kosten, da sieht man schon gewaltige Unterschiede. Also Kosten zu betrachten, wichtig. In diesem Produkt, was wir im Musiker Versorgungswerk verwenden, 50 Prozent Kostenreduktion, weil Gruppentarif. Das ist ein Argument. In einem konservativ, sprich niedrig verzinsten Produkt, Kosten sehr wichtig, 50 Prozent Reduktion, plus die Vorteile, die ich genannt habe. Das ist die Empfehlung, weil es eigentlich dem bedarf, also wir haben ja viel gesprochen mit Leuten, die genau in dieser Ausgangssituation sind, und dann haben wir gefragt, wie müsste es denn sein? Und dann haben wir natürlich das um den Kundenbedarf rum designt, und das funktioniert. Disziplin ist dann das alles Entscheidende am Ende. Wenn ich es nicht ein einziges Jahr geschafft habe, da mal ein bisschen was nachzubuttern, und habe da immer nur so einen kleinen Sockelbetrag, kommt wenig raus. Aber, selbst wenn das so ist, private Vorsorge muss nicht so designt sein, dass man am Ende ausschließlich von einem einzigen Vertrag, den man irgendwann vor Zeiten mal eingerichtet hat, lebt. Sondern es spricht überhaupt nichts dagegen im Alter, aus verschiedenen Kanälen Geld zu beziehen. Das können auch zehn Kanäle sein. Also wenn ich zehnmal 100 bekomme, dann ist das immer noch besser, als wenn ich aus einem Kanal 500 bekomme. Also ich habe auch mehrere, weil ich nicht weiß, was ist das. Ja, das ist richtig. Und ich habe bei mir oft bei einem Institut immer am Ende des Jahres einen Anruf, wo die immer sagen, wir möchten mit ihm die Verträge reden. Und dann frage ich mal, warum. Ja, wegen einer Beitragserhöhung usw. Und dann kommt immer das Argument, die Inflation. Ja, wir sind unter zwei, deutlich unter zwei. Wir sind bei 1,1. Ja, aber das Schöne ist, ich kann dem entgegenwirken, indem ich bei mir nämlich eine automatische Beitragserhöhung mache, am Ende des Jahres um 10%. Also das heißt, die muss ich gar nicht jetzt noch irgendwie aktiv beantragen. Die ist automatisch drin. Und wenn die mit Inflation kommen, sage ich, Moment mal, ich mache doch eine Beitragserhöhung, die viel höher ist als Inflation. Dann müssen wir gar nicht weiter miteinander reden. Denn ist das bei euch auch machbar? Also erst mal, ja, man nennt das Dynamik. Man kann solche Verträge mit einer Dynamik versehen. In der Konstruktion niedriger Sockel plus nachschüssiger Beitrag jedes Jahr aufs Neue. Angenommen, du hast jetzt wirklich einen Vertrag mit 10 Euro Monatsbeitrag. Und du schaffst es zwischen 1.000 und 5.000 Euro zum Jahresende dazu zu schießen, weil deine Geschäfte gerade ganz gut laufen. Wenn wir jetzt deine 10 Euro um 5% erhöhen, dann sind das 10,50 Euro. Also, ja, man kann das machen. Ich finde auch, man sollte es machen. Aber in dieser Konstruktion spielt die Dynamik eigentlich eine untergeordnete Rolle. Weil die Nachschussmöglichkeit ist eigentlich das, wo hier die Musik spielt. Weil maximale Flexibilität. Im Übrigen auch, muss man wissen, solche Vorsorgeprodukte, ich sprache ja von den Kosten, die Kosten, die werden immer in Prozent erhoben. Und Prozent, muss man ganz genau hingucken, worauf beziehen sich denn die Prozente? Die Prozente beziehen sich auf die zu erwartende Beitragsgesamtsumme. Wenn ich also einen Vertrag habe, 100 Euro im Monat auf 30 Jahre, dann ergibt das 36.000. Und darauf kommt dann Prozentsatz X. Das ist die Abschlussgebühr, die du zahlst. Wenn du jetzt sagst, ich mache aber einen Vertrag mit nur 10 Euro im Monat, das ist genau 10 Prozent. Der Vertrag selber ansonsten und auch die Beratung und so, ist alles genau dasselbe. Aber mit der Höhe des Beitrags steigen die Kosten. Das muss man wissen. Das ist schon immer so gewesen, wurde auch nie verändert. Also hier wird nicht die Beratungsleistung an sich, wie beim Anwalt oder so, bemessen oder nach Stunde abgerechnet, sondern es geht nach Beitragssumme. Und deshalb sehr wichtig, wenn ich denn gar nicht weiß, schaffe ich denn die 30 Jahre lang 100 Euro im Monat? Oder habe ich da wegen Kind geboren, wegen Haus gebaut, was auch immer. Zeiten drin, wo ich unterbreche, wo ich reduziere oder vielleicht nach 20 Jahren sage, ich muss ganz aufhören, aus welchen Gründen auch immer. Die Kosten, die habe ich vorne schon bezahlt. Das ist das Gute, wenn ich einen niedrigen Sockelbetrag mache. Die Kosten des Vertrages, die beziehen sich nur auf den Sockel. Ja. Also das ist das Vorteilhafte dabei wirklich. Also die Kostenbelastung dieser Verträge ist eine ganz andere, nämlich viel niedrigere, als wenn ich dieses klassische, ich rechne aus, was brauche ich bis zur Rente, dann wird eine Beitragssumme gebildet, die man reinzahlt und darauf zahle ich die volle Provision, obwohl ein Großteil der so abgeschlossenen Verträge gar nicht bis zum Ende durchgehalten werden. Deshalb dieses Prinzip deutlich vorteilhafter für den Kunden. Man zahlt nur das, was man wirklich eingezahlt hat und nicht auf irgendeine Prognose, wo man dann gar nicht weiß, halte ich das überhaupt ein. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, man kann ja auch freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ob man das möchte, ist eine andere Geschichte. Und dann ist es natürlich so oder so sinnvoll, dass ich mehrere Sockel habe, also eben auch privat, also nur staatlich alleine, würde ich sagen, reicht überhaupt nicht. Und was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, egal was man macht, dass man einfach früh anfängt. Ich hatte mit einem Kollegen gesprochen, der war vorhin vom Jahr, 30 Jahre alt. Ich habe den auch gefragt, was machst du denn? Er sagte, gar nichts dazu, dafür habe ich nicht genug Geld. Und ich habe gesagt, das ist die falsche Antwort. Wenn du, wie gesagt, diese 10 Euro machst, das sollte irgendwie machbar sein. Und ich nehme immer das Beispiel von so einem Frosch, wenn ich einen Frosch in kochend heißes Wasser reinschmeiße. Das wäre jetzt das Beispiel, dass ich anfange, mit 40 Jahren 1.000 Euro zur Seite zu legen. Und ich schmeiße jetzt diesen Frosch in dieses Wasser rein. Der spielt natürlich sofort raus. Es ist ihm zu heiß. Wenn ich aber diesen Frosch in kaltes Wasser reinschmeiße, fühlt er sich wohl? Ich drehe langsam die Herdplatte auf. Was passiert? Nichts, der Frosch bleibt drin. Klar, verbrennt, verglüht. Er merkt sich. Und so mache ich das auch, dass ich dann sage, man fängt einfach früh an. Ich gewöhne mich dran. Ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt gut ist, weil ich verbrenne. Und es ist ja gut, weil andere ist ja positiv, weil ich mich dann langsam dran gewöhne. Und muss mich nicht auf einmal gewöhnen, dass ich 500 Euro oder 1.000 Euro weniger habe. Ich habe früh angefangen. Ich habe mich dran gewöhnt, dass ich was abführe. Aber ich habe eben auch früh angefangen. Das heißt, mein Polster, was ich nachher habe, ist eben auch dementsprechend höher. Ich glaube, ganz zu Beginn habe ich es gesagt. Je älter man wird, umso subjektiv schneller vergeht die Zeit. Und das einzig Positive an diesem Umstand, das Altwerden irgendwann ja auch nicht nur Spaß macht. Also aus der Sicht eines 15-Jährigen ist das Altwerden total toll. Irgendwann volljährig und Auto und kann so lange weg, wie ich will, kann Alkohol und so weiter. Aber relativ schnell beginnt das Altwerden, dann nicht nur positiv zu sein. Das einzig Positive am Subjektiv immer schneller älter werden, ist, wenn ich Sparverträge bediene und Hypotheken abbezahle. Weil dann komme ich irgendwann zu einem Punkt mit, zum Beispiel wie 48 bin ich jetzt, dass ich auf die Sparverträge gucke, die ich mit 21 eingerichtet habe und denke, Mensch, da ist ja schon richtig Geld drin. Guck da jetzt nicht jeden Tag hin, weil es wird irgendwie abgebucht und es läuft und so. Und irgendwann vor 15 Jahren ein Haus gebaut. Mensch, ist schon richtig was weggetilgt. Irgendwie schon 15 Jahre. Gut, ich muss jetzt auch schon wieder renovieren nach 15 Jahren. Aber das ist positiv. Man muss schlichtweg anfangen. Das ist diese Hemmschwelle. Im Moment passt es nicht. Irgendwie abschütteln und sagen, egal wie und wenn es ein kleiner Betrag ist, ich fange jetzt an. Und ich lasse diesen zugegebenermaßen einen unangenehmen Gedanken, dass ich in der Phase 2, also Elternhaus, Arbeiten, Rente, Phase 1, 2, 3, ich muss in Phase 2 so viel Geld zur Seite legen, dass ich in Phase 3 davon leben muss, leben kann. Wenn ich erst zum Ende dieser Phase 2 mich wieder darauf besinne und dann anfange, dann habe ich richtig Schmerzen auszuhalten, weil dann wird es richtig teuer und ich will es wirklich nicht jammern. Ich bin eigentlich noch ganz fit, aber wie gesagt, mit 48 ab und zu zwickt es dann auch schon mal und ich meine mir auch einzubilden, dass wenn das dann mal so Veranstaltungen sind mit 12, 14, 16 Stundentagen, dass ich die vor ein paar Jahren noch besser abkunde. Auf jeden Fall. Es ist irgendwie niederschmetternd, aber selbst mit Ende 40 die physische Leistungsfähigkeit, die beginnt irgendwann halt zu sinken, auch spürbar zu sinken. Und wenn ich dann die bittere Erkenntnis habe, mit zum Beispiel erst Mitte 50 oder Ende 50 festzustellen, dass ich in die absolute Vollkatastrophe reinlaufe, was meine Rente angeht, und dann alle Schmerzen auf mich nehmen muss, um nochmal richtig Kohle zu verdienen, damit ich richtig was zur Seite legen kann, damit ich überhaupt nicht zum Sozialhilfeempfänger werde im Alter, dann stelle ich mir das extrem unangenehm vor. Und also früh anfangen könnte man diverse Zahlen jetzt zu nennen auch, wie sich das verringert, der nötige Geldbedarf im Monat, wenn man 10 Jahre früher anfängt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von dir. Früh anfangen. Jetzt haben wir ja nur an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, das ist noch am Ende angelangt. Aber die Leute, die jetzt noch mehr wissen möchten, noch mehr Beratung brauchen, wie können die jetzt dich kontaktieren? Am besten einfach eine E-Mail schreiben. Also wir haben eine Internetpräsenz, die heißt www.musika-versicherungsdienst.de und die E-Mail-Adresse dazu ist dann info-at-musika-versicherungsdienst.de. Hier mit egal welcher Frage einfach melden. Wir sind an zwei Standorten in Deutschland vertreten, in München und in Hannover, haben dort ausgebildete Berater, die zum Beispiel zum Musiker Versorgungswerk auch beraten können. Wir erstellen Vorschläge, telefonieren dazu, können Videotelefonie machen und solche Sachen. Einfach melden. Super. Vielen Dank für das informative Gespräch, Ralf. Danke dir, Tim. Wenn du den Newset abonniert hast, bekommst du kostenlos eine Liste mit zehn Möglichkeiten zur Altersvorsorge. Den Link dazu und alle Kontaktdaten zu Ralf findest du in den Shownotes. Zellen Untertitelung des ZDF, 2020